Sie simulieren bereits und verwenden Ihr Simulationsmodell, um Ihre Produkte zu verbessern? Vielleicht nutzen Sie bereits Parameter, um schnell Varianten zu untersuchen. Aber geht das nicht auch systematischer? Besser? Genau diese Frage habe ich mir, als ich bei Cutfilm angefangen habe, auch gestellt und habe Ensis OptiSlang entdeckt. Seitdem möchte ich die Software für meine tägliche Arbeit in Kundenprojekten nicht mehr missen. Deswegen möchten wir unsere Begeisterung für die vielfältigen Möglichkeiten in diesem Kurs vermitteln. Sie lernen nicht nur, wie Sie Sensitivitätsanalysen durchführen, sondern auch, wie diese ausgewertet werden, was es mit Metamodellen auf sich hat und wie Sie Ihre Optimierungsaufgabe vorbereiten. Zudem lernen Sie, wie Sie zufällige Streuungen in der Realität berücksichtigen, um die Produktqualität abzusichern. Dabei spielt es keine Rolle, welches Simulationstool Sie einsetzen. Unsere Seminarbeispiele stammen aus den Bereichen Strukturmechanik, Strömungsmechanik und Elektromagnetik. Da ist für jeden was dabei. Und wenn Sie bereit sind, einen ersten Eindruck von der Welt der Parameterstudien zu gewinnen, dann schauen Sie sich doch einfach das erste Modul dieses Kurses an. Vollkommen kostenfrei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.